Ich will dich ja nix von mir, ich bin auch verworfen. Aua! Was leben Sie in? Ich kann doch meinen kleinen Orch. Denen kriegt er mich nie! Was? Ich glaube, der kriegt es nicht. Ach, was? Geh mit deinen blöden Krallen weg! Oh Gott, das war glaube ich nicht so gut. Daniel, das war echt spektakulär. Ach, hast du das Fluchtfahrzeug vergessen? Ach so ne Scheiße. Was macht er denn bloß? Aber ich bin jetzt aufrichtig. Ja klar, wenn du stirbst, dann befreit dich von deinen Sünden. Was ist denn mit Daniel los? Ach so, ja, ja. Jetzt weiß ich, wie das ist. Ach, ich dachte, ich würde... Ich hätte jetzt nicht gedacht so hoch machen. Den Daniel, aber ohne nachzudenken. Das ist perfekt jetzt. Ja, bei mir steht die ganze Zeit König so und so. Jetzt ist nix ja. Den, 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 den. 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 Ich könnte ja ein bisschen weiter zurückgehen. Naja, reicht schon. So. Es muss nicht Sinn machen. Es ist da verschlossene Truhe. Was? Ich kicke sie doch niemals auf. Sagt wer? Ich. Verdammter Dreck. Ey. Du packst eine verdammte Flirt aus. Mach, das ist der Pfeile. Wieso bist du denn jetzt da hinten? Hey. Wieso bist du denn da oben? Ja, wieso bist du da oben da jetzt? Da hab ich den Strand druntergucken können. weil hast du denn für eine gestion ist ja nicht so als wäre die butter alle röster wenn der von mir ein bisschen härter zu geben und ihr nicht an stühle glaubt aber wenn war das gerafft nüpfel haben wir schon mal ein stück war keine stühle oder mehr an tische wir haben keinen tisch in auch wir haben keine tische und stühle im weg die kein komfort was hat dich vorgesehen dass wir so weit machen das nehmelsscherbe wie kommt man da hin ist man nicht im turm oder was springen klappt schon mal nicht was ist das denn musik auf einmal so dramatisch wenn er sich umzieht wieso ist denn nur der mund weil ich muss mal mehr ins licht gehen was war darunter wieso ist denn nur der mund was ist denn so lustig mein gott das einzig menschliche da zu sehen ist der scheiß verkackt im mund jetzt muss ich nur so die züge raus stellen warte 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 das ist doch scheiße was sieht halt aus warte warte komm weiter er ist nicht gestört irgendwie weiß ich nicht so schwarz und dann sieht man halt so den mund was sind aber ich wollte ja was sind das denn für statue ich habe schon getrunken ich lege mich hin ich bin der Gentle Lady ich muss gemütlich in Ohmacht fallen ja irgendwie schon, wer will schon hinten und nach hinten fallen mit meiner harten Rüstung du hast aber schon wieder jemand anders Samir, Samir, steh auf Bist du da? ja und wie sagt dir aber nichts, schade ja die anderen sagen ja auch nichts ja wo sind denn noch welche? ich glaube das ist ein Spieler wer lacht denn da? ja das ist irgendwo auf ne Bühne oder was? das sieht voll aus wie so ein Paarungsstranz guck mal bei mir ja was du da? die zeigt sogar auf mich ich komme auch du, wenn ihr euch nicht benimmt, dann endet ihr genauso wie der da ja wollt ihr das? ja guckt euch den an, da wollt ihr das sein? ist das eure Zukunft? oder der? was wir sollten uns ein Exempel hier in Haft stehen nein das sieht voll gestört Daniel, was machst du da? was? was? was denn? alter ich tue mir das nochmal an alter, dein Charakter rastet voll aus warte wenn ihr das sehen könntest, weißt du, weißt du, was du bei mir machst? du schwebst bei der einen Position warte, ich sag dir genau jetzt rastet irgendwie dein ganzer Unterkörper aus dreht sich irgendwie um 360 Grad dann schwebst du in der Luft und dann bewegt sich nur noch dein Unterteil und zwar ja ok dann dreht sich dann so einmal um sich herum mein Gott mein Gott, du streckst in der Luft deine Beine aus und die drehen sich dann um sich herum um sich selbst boah, deine Hüfte, die geht voll ab, ey, die dreht sich, die verbiegt sich so als wenn ihr aus Gummi, ey haha ok das sieht voll gestört aus, wahrscheinlich weil du so in der Luft schwebst oder so und jetzt schwebst du in der Luft jetzt ey, mein Gott du hebst einmal deine ganzen beiden Beine in der Luft und drehst die so um deinen Körper herum, ey, das geht überhaupt nicht das ist wahrscheinlich noch der selbe Fehler wie damals, als du da in der Luft schwebtest ja war das schon im letzten Part, den ich hochgeladen habe ja, ja, war schon ok ok ja, so ähnlich ist das auch irgendwie, keine Ahnung, nur das sieht viel gestörter aus wo kann man sich sonst noch hinstellen so auf der Bühne euer König hat euch etwas zu sagen, ihr sollt alle tanzen ok das sieht so scheiße aus, ey, alle sind da irgendwie voll am stehen, da ist irgendwie so ein Spaß hier am tanzen so meine Perspektive sieht dann auch nicht schlecht aus, wie du da vorne bist da siehst du sofort, was stimmt hier nicht an dem Bild, ey da siehst du sofort, was stimmt hier nicht an dem Bild, ey wie ansp... jajajajajaj das muss ich nicht mehr merken, ganz Red Guard müssen wir öfter eingeben wohohohohohoh ich habe überhaupt ein Hut verdrungen weiß ich nicht wie so ein gestörter, ey oh meine Freunde brennen das war da, ey wir müssen unbedingt eine feuerstelle finden das war nicht von rot war don oder doch ist von rot war ich habe keine ahnung gibt ja ich weiß die sind mehr als wenn er von michael jimson ja genau Das ist ein schmerzhafter Tod, der ist vergiftet und eingefroren. Ich lese erstmal ein Buch. Was soll das? Keine Ahnung, musste ich da machen. Also habe ich ein Buch gelesen. Oh Gott, die habe ich bis hin gezählt. Oh, oh, oh. Warum rett die denn dir in deinem Tag? Das frage ich mich jeden Tag. Ja, jeden Tag. Wir spielen das gar nicht jeden Tag. Der ist irgendwie am Duschen oder sitzt in einer Wanne oder was weiß ich, lässt sich vom Regen küssen. Was? Was weiß ich, wie du dich saubermachst, ey. Vielleicht sitzt du auch einfach und wartet draußen ein bisschen Drehschnitz. Würde man nicht? Das ist echt eine von diesen komischen Kugeln da, der rundstieg, ne? Ja. Sehne Haus, die er sich nie hatte. Wo ich eins habe. Ist aber nicht draußen. Ja, ich war ja, das ist nicht gut. Das Level ist nicht hier. Durchschnittlich. Ich hab's nicht. Deswegen bin ich auch so schnell wie möglich da hingerannt. Ja, du würdest doch zu jeder Truhe rennen, ob die leicht ist oder was weiß ich, oder unöffbar. What? Sag ich doch. Foto. Finde ich hier. Ja, hier fängt die noch vorher die Truhe. Das war ein Dreck. Können? Tschüss. Ich geh jetzt noch was von derthought. ich habe keine einzige fähigkeit mehr fast für zwei händler ausgerüstet dort soll es auch mal wie viel allein rennen gerade ich bin tot ich komme jetzt mal noch mal ein abgang gemacht wie viele da sind komma ich weiß schnell bevor die das wieder ehrlich schon geschafft haben noch was von uns übrig wie viele leute sind ja ich komme dazu immer zu töten sind schon vorher tot ich springe einfach vom gegner zu gegner hier ja ich bleibe ein bisschen hinten am besten da kann bock jetzt feigen da kommen die waren ein bisschen da hinten ich drücke die ganze zeit hier nur ex wie blöd ich glaube wir haben schon gewonnen ha 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 ich bin da für uns noch voll abgestaucht bei mir sitze ich in richtiger richtung bei mir sitzt voll andersrum auf die tür blickend ja soll ja aber so sein ich will ja nicht in deine richtung gucken aber ich bin doch wunderschön ja genau so schön ist es auch auch deshalb habe ich dich geheiratet genau nicht für deinen ähm Funktionalität aber für deinen hat für eine Funktionalität ja du gibst ja sachen die du es drohen findest ja stell mir einfach nur so vor du würdest dann ohne mich irgendwie so versuchen wie Raffi irgendwie so tun zu essen aber dann aufzubrechen ja du kaufst dann so an dem schloss herum oder wie ab was den teufel wollte sie richtig aus sind der feinde an ist weil sie nicht mehr da sind welche angekettet sind ja nach einer richtigen parten nein der saugt die aus glaube ich oder auch nicht aus dem weg ja wir können gar nicht angreifen dafür müssen ich glaube wir müssen den alle ausdrucken lassen oh gott schon mit euer leichnam für mich kämpfen mein gott das wollte ich nicht gefällig notice me senpai notice me senpai mein gott da ist voll wie hat finale aus night of the art public 1 muss man auch irgendwie mal irgendwie so jenes aussaugen lassen ja auf den anderen los ne der wagen sagt mich gar nicht ich bin voll beleidigt hier ich bin der haupt charakter er hat immer noch drei zum auslutschen das video heißt keiner beachtet welches das video heißt keiner beachtet welches das video heißt keiner beachtet welches das video heißt achte mich gefällt jetzt hat niemand aus naja das ist zu spät jetzt hat sie mich mal marschrecken guck dir das doch mal an das ist ja lächerlich das wird mich keiner von denen beachtet oh das ist ein fettes Schwert sieht ihr das mal rein Daniel fasst das nicht an das müssen wir so annehmen kann man das ausrüsten das sieht aus wie ein spielzeug das sieht aus wie irgendwann aus das whole caliber ich glaub ich weiß nicht wie das whole caliber funktioniert oder? wieso? das sieht mehr aus als das came out aus aladin naja nur in übergröße boah Aladin benutzt sowas der tiger raja hat immer sowas benutzt der jahle sagt gar nix der tut einfach so als wär alles legit der tiger? warte mal ja der tiger hat das schwert benutzt jetzt kommst du auch mal da drauf ne aber tiger können doch gar keine Waffen benutzen ja ich muss erstmal überlegen wir warten nochmal oh wie bist du nur durch die schule gekommen ey mal ernst ich erzähl dir von dem tiger und paar minuten später ah ja tiger können ja haben ja gar keine Waffen ja tiger können nicht wenn klatscht der zu oh nimm deinem ihr würdet sich